Danke, danke den Herstellerfirmen, danke allen Mitarbeitern. Wir waren erleichtert und auch stolz. Natürlich waren wir müde von den vielen Arbeiten, aber wir waren wirklich stolz, den Termin erreicht zu haben und jetzt können wir die Eröffnung feiern. Es war ein hervorragender, schöner Tag. Wir hatten wirklich Freude. Es hat sich gelohnt und das Resultat ist super. Vielen Dank. Vielen Dank.